Was ist für mich typischer? Ich finde, dass Andreas ein sehr entspannter und relaxter Unterrichtender ist. Also das einzige, was ich glaube ich immer wieder sage, ist, wenn ich zähle und ich bringe den Schülern das Zählen bei. Das ist ja für Rhythmiker oder für andere Musiker auch sehr wichtig, Rhythmen auszuzählen im Kontext zum Beat. Die Parkkastengruppe bestand vornehmlich eigentlich aus Schlagzeugern, die der Andreas dann halt unterrichtet hat. Ja, da haben wir uns ein bisschen mit reingemogelt. Aber da hat man eben auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Schlagzeuger da eigentlich dann doch immer ein bisschen besseres Timing-Gefühl hatten. Andreas hat eine sehr spezifische Art manchmal einzuzählen. Da gilt es nämlich nicht eins, zwei, drei, vier, sondern irgendwie eins, zwei, fünf, acht. Also ihr müsst zählen. Ich kann zählen, weil ich zähle und zähle und zähle. Das ist der Spruch, den ich immer bringe. Dieses ungefilterte Feedback. Also er sagt dir, wenn du sehr zufrieden warst und dann ist es auch ehrlich, aber er knallt dir auch vor den Latz, wenn du es versaut hast. Also ne, so kannst du das nicht spielen. Sein Gang durch die Musikschule ist immer mit seinem Schlüsselklimpern verbunden. Also wenn man sich unten schon mal warmtrummeln soll oder so, dann hört man ihn oben vom Tausendraum immer schon kommen, wenn er mit seinem Schlüssel so ein bisschen. Also mein Schlagzeuglehrer Herr Pfannenbrand, der hat immer gesagt, ich soll die Sticks nicht so halten, sondern so. Und da das oft vorgekommen ist, musste ich mir das oft anhören. Vor allem, weil ein Schlagzeuglehrer hört halt Gitarre anders als man selber als Gitarrist. Von daher hat man da immer mal aus einem komplett anderen Bereich Feedback bekommen. Also man hat, wenn ich es heute nochmal so zurückdenke, schon gemerkt, dass es eben auch eher pädagogischer Ansatz war und jetzt nicht, weil das die beste Schlagzeugtruppe der Welt werden soll, sondern wir machen mit den Leuten, die da sind halt, stell mal was auf die Beine. Er konnte ja natürlich selber nicht das Didgeridoo spielen, dafür war ja Uwe immer da und ist er ja immer noch. Da musste Andi natürlich irgendwie Uwe zeigen, wie er das jetzt so meint und hat dann halt immer irgendwelche komischen Geräusche aus seinem Mund geholt. Ich erinnere mich an so Situationen, wenn zum Beispiel Rock Pop Jazz Treffen war, mussten wir relativ viel Equipment auf irgendeinen LKW verladen und das dann dorthin bringen. Ja und ich sag mal so, wir waren ja nicht mal die Fleißigsten auch, wenn es ums Tragen ging. Aber da hat er uns dann auch schnell mal zur Raison gerufen und gesagt so, jetzt packt ihr jeder bitte mit an, also ich bin ja nicht euer Rookie. Na egal welches Instrument er zeigen möchte, er macht es mit dem Mund irgendwie. Da kriegt er Töne raus, die kriegt kein anderer raus. Ich fühle mich da wohl. Ich meine, wer geht schon 21 Jahre zum gleichen Lehrer, ne? Muss man ja auch mal so sagen.